Freunde, willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. Wir sind hier stehen geblieben bei der Master Key-Tour. Den haben wir uns natürlich schon geholt, den Master Key, ne? So, und jetzt gibt's ja eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Es gibt auf jeden Fall noch einen wichtigen, richtigen, richtig, richtigen Weg, ne? Oh man, ich bin schon wieder so dumm. Äh, so, der ist nämlich hier oben. Das wissen wir ja alle. Und zwar, mach ich scheiße. Los, leg ich schneller, na schnell, 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 schnell. Huh. Oh. Falsche Seite, na klar. Ich schwimm einfach mal teilweise so ein bisschen Dugging an. So, und dann fliegt er hoch. Oh, na ja. Nein, ach, Mann, ja, jetzt deckt mir doch alle hier, scheiße hier, kacke Mann. So, hier will ich jetzt hin. Naja, wenigstens klappt das halbwegs. Das ganze rauschende Wasser, ey, das macht mich voll nervös. Zack. So, alles klar. Dann wollen wir mal gucken, was hier so abgeht. Und zack. Alle zugeheist. Zack, zack, zack. Warte mal, ich werde mal einfach mal schnell wieder hier die Feenmaske rausholen. Wenn, wie immer. Ha, ha, ha. Na toll, der Raum. Du, hau ab. Dich wollen wir nicht. So. Was gibt's über diesen Raum zu sagen? Nicht. Oh, Riesenfischi. Oh, ein bisschen weit, aber. Egal. Los, link rauf da. Oh, böse Riesenfischis. Mann, die Fee, die blockiert eben hier voll die Sicht. Die Fee, was, die Feenmaske natürlich. Hehe. So. Nummer eins hätten wir ja schafft. Wir haben praktisch Wasser. Wir pumpen jetzt Wasser durch. Oder lassen das Wasser durchgehen. So, dann muss ich nach Möglichkeit hier alles cool machen. Oh, Link, was machst denn du? Wir machen das hier alles richtig cool. Soll ich die mit Stil machen, warte, doch. Zack, so, dann hier nochmal. Von hier aus müsste ich doch eigentlich. Perfekt. Ha. Und da ist auch schon eine Kiste. Eine Fee. Dies ist verirrte Fee Nummer 9. Zack, ein bisschen Geld abgesackt. Äh, eingesackt natürlich. So, jetzt wundere ich mich noch, weil... Hm, habe ich jetzt... Hier habe ich alle Feen, gut. Hier drin habe ich auch alle Feen. Ja, Leute, es gibt ja jetzt nicht mehr so viel zu tun. Und deswegen... Wop, 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 wop. Alter, krasse Scheiße. Ja, mach das mal nach. Mach das mal nach. So, jetzt ist die Frage. Alles klar. Nee, schon gut. So, da hier eh keine Fee ist, kann ich das so machen. So, dann kann ich mich hier schön chillig rufschießen. Ach, zum Glück läuft das Wasser hier durch, wa? So. Brauche ich das? So, mache ich dann das Wasser an. Ach, Mensch, der Tempel, der ist cool, der ist... Ach, früher... Ich habe da ja nicht durchgesetzt, das erste Mal hier drin. Das war so verwirrend für mich, aber... Wie verzwicktet hier alles ist? Und überall muss man Wasser machen. Trotzdem kann man alles nacheinander gut abarbeiten. Das ist total cool. So, jetzt muss ich nach unten. Ich kann dann schön hier hoch. Und das gelbe Wasser. Ja, was heißt das? Das gelbe Wasser. Ich kann einfach... Ich sage mal, die gelben Rohre. Ich kann gelb lahm legen. Sag mal so, ich lege jetzt gelb lahm. So. Da muss ich, glaube ich, aber aufpassen. Weil ihr glaubt, dann komme ich an und bestimmt sicher nicht weiter, oder? Doch, doch, alles geht noch gut. Schon gut, Leute, alles funktioniert immer noch. Los, komm, lustiges Hoch- und Runterfahrding. Warum sag ich nicht immer Fahrstuhl? Ich weiß auch nicht. Und durchgehen! Nein, er trifft mich auch noch. Ja, ja, hier. Zack! Das zeigt dazu, das zeigt dazu. So, und endlich geht's jetzt weiter. Jetzt ist alles umgedreht, da wir die... Das Wind... Das Windrad... Da wir das Wasserrad praktisch komplett anders drehen lassen, ist der Wirbel hier natürlich auch total umgekehrt. Und wir haben wieder zwei neue Eingänge, ne? Müssen noch zwei sein. Oder nur einer? Also ganz... Hier der und ganz unten, ne? Ja. Dann gehe ich zuerst in den hier, in den grünen. Ah... Verstehe, verstehe. Ah ja, und jetzt bin ich ja... Alles klar. Dieser Raum, der weckt Erinnerung. So, ach, dann muss ich jetzt erst mal gucken, wie ich das hier mache. Hier war auf jeden Fall auch eine Fee, soweit ich mich erinnere. Muss ich mal gucken, wie mache ich das denn jetzt? Ich muss, wenn ich oben bin, dann... Ja, alles klar. Kriechen. Also als erstes, wenn ich ganz oben bin, einmal den hier machen. Ups. Oh cool, ich habe nur WhatsApp-Nachricht gekriegt. Haha, haha, haha. So, dann springe ich jetzt hier hin. Genau. Guck mal hier. Ich versuche das so. Ah, nein. Ach so, ne, ich will schon, ich will schon, ich will schon. Ich weiß, was ich mache. So. Von hier aus kommen wir perfekt hier ran. Wo eine Fee wartet. Stopp. So, die ist jetzt Nummer 10. Dann will ich hier hin. Wo ist denn jetzt hier eigentlich die nächste Küste? Weil in der Küste ist hier noch. Ach so, da. Ich komme ran, gut. Zack. Ach so, das ist sogar gedacht, dass man sich von da aus, vom Rand dahin... Ach so, na denn. So, ich würde sagen, so habe ich jetzt auch alle Feen hier drin geholt. Ich gucke gleich zur Sicherheit nochmal... Au. Mein Fleisch ist doch gar nicht so lecker, du Arsch. So, ganz sicher gehen wollen wir, deswegen machen wir jetzt den hier. Zack. Alle Feen gefunden. Sehr schön. Muss ich keine Angst haben, alles ist schön, alles ist gut. Ups. Ach man, jetzt kriege ich hier nochmal... So. Ja, das ist ein bisschen nervig, dass man immer die Pfeile so wechseln muss. Statt irgendwie auf Pfeile runter, Eispfeile und auf Pfeile rechts dann irgendwie Feuerpfeil zu nehmen. Das wäre geil. Aber naja. So weit haben die Leute damals noch nicht gedacht. Oder die wollen es einfach nur ärgern. Beziehungsweise mich. Ich denke dann eher an zweiteres. Nacht des ersten Tages, das verbleiben noch 60 Stunden, Leute. Ach du Kacke, wie soll ich denn... Ne, das ist jetzt scheiße. Wie hätte ich da denn auch rankommen sollen, bitte? Leute, also, ne. Das ist jetzt so viel verlangt, ne. Bist du, bist du bescheid? Ah, was mache ich denn? Mann, Link, was machst du denn? Du, das dauert doch schon alle zu lange hier. Ich will es den Raum hier noch schaffen, weil der so schlimm ist. Yeah, und im Salto-Sprung machen wir erstmal fett. Geil um-equipen. Ja, ich glaube, ich muss das nochmal abpassen. Ja. Zack. Jetzt fährt er weg und gleich kommt er aber wieder. So, nun. Jetzt kommt er weg. Zack. Bitte lasst mich richtig getroffen haben. Naja, ist doch... Alter! Ne, ist nicht lustig. Ist nicht lustig, Leute. Ne. Ja, ich weiß, es ist lustig. Toll. Mann! 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 Zack! Alter! Richtig kacke. Oh, wie soll ich das? Mann! Ich bin doch so ein armer Junge. Ich weiß auch nicht. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht, Leute? Sagt das mir. So, es kommt, es kommt, es kommt. Es müsste da sein. Zack. So, und auch wenn jetzt da alles verkackt und scheiße ist, es ist mir, ja, ich kriege das jetzt irgendwie hin. So. Jetzt springe ich hier rauf. Zack. Viel sicherer. Dann kann ich hier einfach und... Zack. Warum habe ich es nicht gleich so gemacht? Warum, Leute? Warum sagt es mir? Ey, ich weiß nicht. Ey, über, über muss ich die schlimmsten und schwersten Wege nehmen hier. Zack. Und auf einmal bewegt sich wieder alles. Drei. Hier kann ich doch eigentlich auch direkt. Zack. Ja, gut. So, dann muss ich jetzt nur einmal einfrieren. Zack. Voll cool, Alter. Irgendwie richtig geil macht. Man schießt so ein Eisfeld durch und auch immer, das Eis arbeitet sich hoch und allzu richtig geil. Ich bin wieder krank gewesen. Leute, manchmal muss man auch ein bisschen übertreiben. So, und endlich sind wir durch, durch diesen Höllenraum hier. Und der nächste Höllenraum. Na toll. So, hier können wir ganz leicht einmal runter, denn hier war, glaube ich, auch noch eine Fehl. Ey, mein Link, was machst denn du schon wieder? Genau. Genau. Nummer 12 schon. Langsam komme ich so wirklich ins Grübeln, ob ich das wirklich schaffe. Also, alle Fehlenden zu bekommen. Da will ich hin. Achso, dann muss ich ja über das Ding. Muss ich erstmal einfach nur hochkommen. Wozu ist der da? Das ist direkt zum rausgehen. Alles klar. Dann muss ich hier erstmal den machen. Und? Zack. Und ja, Freunde, ich würde sagen, hier auf meinen coolen Apparatur-Dingens ist auch, ja, hier ist ein perfekter Punkt zum Pause machen, finde ich. Hier alle schön hier im Tempel. Wir kommen gut voran. Und ja, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part. Also, ciao. Ciao.